So. 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 Wann geht's denn endlich los? Na also. I. Boah. Was war das denn? Bombs iiii ein Gegner iiii zuerst mal gehen wir hier lang wow fliegen natürlich Junge ich bin zu schnell für Spiel hier so das sind ja immer ich glaube 2000 das ne pro der dritte dann nehmen wir diese Scheiße nicht mit und nehmen so iiii einer hab ich verfehlt versteht nicht ich verstehe mich nicht Gas geben warum auch immer ich mit dem X-Wing fliege jetzt fällt ja noch Gravel runter da vorne sehe ich noch zwei von diesen coolen Stangen 200.000 und das freut einen doch da geht mir richtig das Herz auf hier hab ich alle hier hab ich alle hier hab ich alle eine fehlt noch auf der Strecke da vorne mal und wenn ich meine Dings nur einsam benutzen könnte. Das wäre so cool. Meine Kanonen hier. Dann würde ich so einfach gewinnen. Aber nein, natürlich. Schade, ich hätte so cool noch alle Sachen, äh, noch den letzten Dings einsammeln können, aber da habe ich mich leider zu sehr auf meinen Sieg konzentriert. Und gewonnen. Yeah. Das war einfach nur für die Steine. So, wenn ich jetzt mal mit 200.000 im nächsten Level wieder rechne, dann sagen wir mal 205.000. Das ist immer ein bisschen einfacher zu rechnen. Dann bin ich, Moment, ich hatte glaube ich 3,4 dann. Ungefähr 3 mal 4, 3 mal 6. Dann mal da. Hm. Mal gucken. Aber warum das Palast ist. Freispiel. Den Typen. Und weiter jetzt. Tipp. Ach so. Die dunkle Bedrohung labert mich nicht voll, ey. Keine Bedrohung hier. Das ist bedrohlicher als ich. Bitch. So. Warleck. Und darum ist gleich mal der Erste. Ich finde das aber faszinierend. Ich weiß gar nicht. Hatte ich hier einen Jedi schon am Anfang? Alter. Hm. A-Bring. Hat ja eh nichts gebracht. Oh. Oh, da ist ein Power-Up drin. Yeah. Bitch. So. Lalalalalalalala. Oh. Hier fehlt mir sogar noch Bahrain Jedi. Hm. Hammer. Ist ja sehr interessant. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Ich möchte erstmal da oben gerne Licht anmachen. Ich bringe etwas Licht ins Dunkel. Junge, aufzuspringen und lass dich einsammeln. Oh, du da oben. So. Ach, die ist rumgehüpftelt. So nervig. Aber ich hab jetzt schon 30.000. Das ist so Hammer, ey. Iiii, hab Angst. Iiii, iiii, iiii. Rums. So. Oh, Leute. Trefft doch einfach mal. Außer wenn ich was mache. Da natürlich nicht. So. Durchgang? Nein, es ist nicht. Schade, ich dachte. Das wäre cool gewesen. Hab ich aber wahrscheinlich beim Anomar auch schon versucht. Stirb. Lalalalalala. So. Und das auch nochmal nehmen. Und irgendwo hier hinten haben wir noch. Warum hab ich den ja noch nicht eingesammelt? Was bin ich denn für ein Vollprofi? So, einmal einen geilen, super styler Rückwärtssalto da hoch machen. Und ich bin jetzt schon noch im ersten Screen und hab schon 75.000. Also denke ich mal 200.000 werden definitiv drin sein. Vielleicht sogar 300.000. Und dann würde ich sogar nach diesem Level schon 5 Millionen haben. Das wäre natürlich ein super Bomben-Ding, wenn das so wäre. Aber auch mit dem. Und der auch nochmal irgendwie hoch. Und dann... Keine Ahnung, wo es dann hingeht. Hm. Erstmal hier eine Kacke eins, sondern... Oh, dann machen wir mal. Anscheinend irgendwie hier rauf. Dann geht das Ding hoch. Dann haben wir hier einen Doppelsprung drauf. Dann geht das nochmal ein bisschen höher. Dann haben wir hier einen Doppelsprung drauf. Und dann ist hier oben gar nichts. Geil. Oder komm ich hier hoch? Ach so. Das ist ja halt totaler Bullshit. Total sinnlos. Naja, gut. Ist egal.